Hello again und willkommen zurück bei CSR Automotive. Weiter geht es hier am Golf 6R Tuning Projekt. Heute haben wir eine Double HF Session. Einmal bekommt ihr von uns den Oberheckflügel und die seitlichen Verblendungen für die Scheibe. Und wie ich das Ganze montiere, seht ihr gleich am Anschluss. Ich beginne jetzt zunächst mit den seitlichen Verblendungen hier für die Heckscheibe. Bevor wir die lackiert haben, haben wir die natürlich angepasst. Aber ganz klar, beim Lackieren kann auch passieren, dass sich die Teile verziehen, wenn der Lackierer zum Beispiel zu viel Temperatur drauf gibt. Daher bitte hier immer aufpassen, maximal 60 Grad Objekttemperatur anbringen lassen und dann verziehen sich die Teile auch nicht. Aber einfach nochmal kurz kontrollieren, dass hier die Passform stimmt. Das sieht super aus und dann können wir auch schon loslegen. Hier, wie immer, die Fläche einmal reinigen und auch hier im unteren Teil vom Flügel ordentlich sauber machen, weil wir da natürlich auch die Klebepunkte haben. So, als erstes tun wir die obere Fläche ankleben. Das heißt, hier können wir die Schutzfolie schon entfernen. Und die seitliche Fläche machen wir dann im Anschluss. Und da ist es natürlich wichtig, die Teile gleich passend anzusetzen. So, weil wenn es klebt, dann klebt es. Und dann ordentlich dran drücken. Und das Ganze sitzt schon einwandfrei. So, dasselbe mache ich jetzt noch schnell auf der anderen Seite und dann geht es mit dem oberen Heckflügel weiter. Und auch die andere Seite im Hand und Dreher montiert. Also, schneller geht das Ganze doch gar nicht, oder? Dann können wir uns jetzt dem Heckflügel widmen. Auch hier im Heckflügel haben wir eine kleine Besonderheit. Und zwar, der ist so angepasst, dass er für diese seitlichen Blenden mitkonstruiert wurde und nicht unbedingt gleich beim ersten Auflegen 100% sitzt. Hier müsst ihr also etwas länger ausrichten, weil es gibt genau eine bestimmte Position, wie er dann später montiert sein muss. Zunächst fangen wir mal hier nebenan. Wir überdecken das Ganze hier. Hier wird nämlich schön der Spalt. Quasi überdeckt. Und ist ein perfekter Übergang dann hier auf den seitlichen Flügel. Jetzt markieren wir uns das Ganze. Und fixieren es. Quasi. So. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Hier müssen wir das ebenfalls machen. Von hier müsst ihr wirklich mehrmals schauen, dass natürlich auch hier die Kleberaube, nicht in der freien Fläche ist, sondern direkt auf dem Heckflügel andrückt. Sieht gut aus. Von hier oben könnt ihr dann auch nochmal schauen, aus der Perspektive. Ich gehe euch mal aus dem Weg, damit es hier auch schön bündig anliegt. Das ist ganz wichtig. Und so im Großen und Ganze scheint es jetzt zu passen. Wie gesagt, kontrolliert hier das Ganze lieber zwei, drei Mal. Und wenn ihr dann die endgültige Position gefunden habt, markiert ihr euch diese mit dem Klebeband. Dann habt ihr das nämlich bedeutend einfacher. Hier reicht es vollkommen, wenn ihr hier die Kante quasi euch anlegt. Einmal links und rechts. Und dann können wir auch wieder hier die Fläche vorbereitet zum Ankleben. Erstmal ordentlich vorreinigen. Dann können wir hier auch hier einfach den Glasreiniger nehmen, wenn ihr Wasser halt zur Hand habt. Und im Lieferumfang ist auch unseren Surface Cleaner Enthalter, der nochmal die letzten Fett- und Silikonrückstände entfernt und wir somit eine ordentliche Haftung vom Klebeband generieren können. Dann gerade mit dem Mikrofasertuch nochmal abwischen und dann kann das auch schon losgehen. Dann nehme ich die Oberfläche komplett fettfrei. Damit wir das Ganze natürlich relativ einfach montieren können, noch ein kleiner Tipp für euch. Nehmt hier die Schutzfolie an einer Stelle vielleicht ab. Und dann mit dem Klebeband einfach das Ganze nochmal fixieren und verlängern. Und so braucht ihr danach keine zweite helfende Hand, sondern könnt ihr es nämlich wirklich komplett selbstständig machen. Und wenn es einmal sogar draußen auf dem Parkplatz ist. Also solange es nicht regnet, seid ihr da von der Örtlichkeit her nicht gebunden. Dann setze ich das Ganze wieder an. Wichtig ist, dass wir jetzt hier unsere Markierungspunkte nehmen. Wirklich wieder hier an die Kante ansetzen. Und dann habt ihr genau die Position, wie ihr vorhin auch schon hatte. Hier drüber passt es. Und dann können wir jetzt hier anfangen, Stück für Stück das Klebeband auszuziehen. Und dann gleichzeitig das Ganze auch schon anpressen. Jetzt müsst ihr euch nur gleichmäßig durcharbeiten, immer Stück für Stück. Und dann habt ihr auch keine Wellebildung und das Ding liegt perfekt an. Nachdem das alles dran ist, können wir auch die Schutzfolie entfernen. Dann machen wir die Markierungspunkte weg. Und im Handumdrehen ist das auch schon wieder passiert. Also Wahnsinn, das sind doch jetzt keine 5 Minuten gewesen, oder? Schauen wir mal kurz aufs Zeitfenster. Passt. Also, geile Sache auf jeden Fall. Passt vorm Einwandfrei. Ich finde auch sehr schön den Überstand hier vom Heckflügel, dass er auch die seitliche Blende so ein bisschen übernimmt. Finde ich super Konstruktion, gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal ein Like da. Schreibt doch mal drunter, wie ihr die Kombination findet. Und ja, bleibt am Ball. Denn im nächsten Video geht es hier am Heck weiter, aber in eine Etage tiefer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020